Hallöchen Freunde, kurz vor, bevor das Video direkt beginnt, wollte ich nochmal, kurz nochmal Danke sagen an jeden einzelnen Abonnenten, wir haben nämlich die 2000 gestern geknackt, das heißt, es kommt heute noch eine Folge, wo ich das Special raushaue, das heißt, da kommen zwei Texture Packs raus, einmal das in lila und einmal das in rot und andererseits kommt das Skin Pack raus, aber darauf könnt ihr euch freuen, das kommt am Nachmittag bzw. am Abend raus, um etwa 16-17 Uhr, seid gespannt drauf. Hallöchen Saterinos, willkommen zu einem neuen Format, und zwar mit dabei ist heute dein Nils, als erster hier in diesem neuen Format, und zwar spielen wir heute Bad Wars 1 vs. 1, das heißt, wir werden erstmal hier gegen Nils versuchen zu gewinnen, und wir spielen heute auf Bergwerk Labs, das ist ein Server, der mittlerweile bald offline gehen wird, leider, leider, ja, alter, ich hab gerade einen Run-Aid, nein, ach, der letzte, Block weiß, den hätte ich mir auch sparen können, jedenfalls werde ich jetzt ein Format ab sofort machen, das nennt sich Zylter vs. YouTuber, das ist halt ein Format, wo ich gegen möglichst viele verschiedene YouTuber antreten will, in Bad Wars, und ja, mal gucken, wie er so alles dabei sein wird, mittlerweile, habe ich jetzt noch nie jetzt angefragt, der mitmacht, auch ey, das, ich bin Profi, ich sollte aufhören versuchen zu ihr, und er macht ja heute mit, danke, Könnt gerne unten in der Beschreibung gucken, da ist Nils verlinkt, falls ihr noch keinen Like da gelassen habt, könnt das gerne machen, und ihr könnt auch bei Nils vorbeischauen. Was ich halt wirklich gescheitert finde, dass halt Bergwerk persönlich auch lang geht. Ja, das stimmt wirklich hier, habe ich auch schon im Treyjump-Video gesagt, finde ich schade, weil der Server an sich hat viel Potential, hat es aber nie so richtig, ich sag mal jetzt so hoch geschafft, und Ja, das ist irgendwie immer so stoppen geblieben, ich weiß nicht. Also mich hat der Server, sag ich jetzt mal, nicht so sehr interessiert, weil die Spielmodis so, ich sag mal jetzt so ein normal war, so relativ normal. Das war halt immer so eine Abwandlung von anderen. Keine Ahnung. Richtig, ey, hier ist Feuer, ne, und ich spring da genau rein, ey, boah, ey, nee, ich, ich stelle mich heute aber auch wieder an, ne. Ja, kenne ich. Lass mich durch, du bloß nur wieder hin, ey, was, was, was? Nichts, nichts, alles gut, na, bist du schon in der Mitte? Nee. Echt nicht? Nee. Du lügst so eh bloß wieder rum ey. Nein. Du lügst ihn nicht an. Bist du sicher? Ah, hi! Nein, nein, Block hat gefehlt. Gewickig. Weißt du, wo das Bett ist? Nee. Das sagst du mir jetzt eh nicht. Ich hab wirklich keinen Plan, wo das Bett ist. Okay. Ich hab mal den Turm drin. Tschüss. Ach ey. Booste ich dich einfach zurück. Hui. Nochmal schön rot eingebustet. Und ich werd auch noch verlangsamt durch das Feuer. Geil. Ach ey. Mit einem Schlag runter. Was ist denn das? Ey, das ist ja die beste. Hex. Nein. Böse. Ist das hier oben? Ja, Leute. Es ist egal. Tschüss. Das war die beste, der beste Versuch. Oh ne. Ach shit, Alter. Was war denn das für ne Runde, Mann? Alter, die Runde drei Minuten und du hast gewonnen, ne? Also, ich muss sagen, ich bin schlecht. Du musst noch ein bisschen trainieren. Ja gut, du hast ja ein paar YouTuber's. Willst du keine Runde machen? Ja, richtig. Wir machen jetzt wirklich Schluss. Ich will wirklich versuchen gegen so viele YouTuber anzutreten wie möglich. Ich hab jetzt innerhalb von kürzester Zeit gegen Nils verloren. Aber das kann sich ja halt... Ja, kein Problem. Das ist halt so wie es läuft, ne? Ja. Und das kann ja bei jedem YouTuber unterschiedlich laufen. Wie zum Beispiel gegen Nicht-Mitte könnte ich ja eventuell mit Glück eine Chance haben. Und mal gucken, also. Mal gucken. Also. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Mal gucken, wie die ganzen Battles ausgehen. Gegen die jetzt war es halt nicht so glücklich jetzt gelaufen. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Ja, du hast jetzt Zeit. Ich hab ja Zeit, das Video zu cutten, Alter. Das wird richtig aufwendig, ey. Ja, wir können ja noch ein Remake machen, dann. Ein Remake. Können wir gerne mal machen, genau. Wenn du geübt hast. Und zwar, ja. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Lasst ein Abo und liked da, falls euch die Folge gefallen hat. Obwohl die so sehr, sehr kurz war und richtig kacke. Als erste Folge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video oder beim nächsten Stream wieder. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.